Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf ist am Donnerstag in der Mitsubishi-Elektrikhalle zu seiner Sitzung zusammengekommen. Dabei hat der Rat den sogenannten Auslobungsbeschluss für den geplanten Neubau des technischen Verwaltungsgebäudes an der Moskauer Straße in Oberbilk gefasst. Damit wird ein offenes Wettbewerbsverfahren auf den Weg gebracht, das qualifizierten Planungsteams die Chance bietet, sich an einem Auswahlprozess für das Großprojekt zu beteiligen. Am Ende wird ein Preisgericht aus den eingebrachten Lösungsvorschlägen die besten Entwürfe auswählen. Zukünftig sollen in dem Neubau rund 3000 Beschäftigte der Stadt Düsseldorf aus bis zu 16 Ämtern arbeiten. Zudem hat der Rat grünes Licht für die Gebührenkalkulation 2022 für den Abfall und die Straßenreinigung gegeben. Die Restmüllgebühren müssen um durchschnittlich rund 4,5 Prozent angehoben werden. Grund sind die stark gestiegenen Mengen an Rest- und Biomüll sowie Sperrmüll. So steigt die Gebühr für eine 120 Liter Restmülltonne im Vollservice um rund 20 Euro im Jahr.